Jawoll 10 Euro Danke, Satronex Komm, mach das Ding 2-2 Oh, komm, 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 mach das Wuhu Und wieder zurück Oha Oha Ja So das Versteh ich nicht Ja Wuhu 1-0 Jawoll Stark Stark Ja, ist sehr verhalten hier Ich glaub Liga 7 wird's noch ekliger Jawoll Oha Oha Stark Ja Ja Ich mach jetzt mal ein Tor hier Ja stürmig Mein Gott Ist echt Stürmig Ja 1-0 Echt jetzt steht 1-0 Für uns ja Auch nicht spoilern Vor allem spoilern Boah Dänemark Für 2-0 Sehe ich grad Boah Als ob Keiner 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 Ich muss was Ich muss was hier einkaufen um die Ecke Gp Gp Huch Erstmal wieder gut Boom Das war ein super Ich hab ein Tor gemacht Ich krieg ein Euro von Jöster Ich hab nicht gesagt Das war die letzte Mal Hast du Hast du Hast du Okay, chill Ich hol mir jetzt EGP Ich muss ewig morgen noch aufladen Dann kann ich dir noch aufstellen Ach Natürlich Ja Oder mehr von Natürlich Also Alle Mitglied werden hier Ich glaub 6% Ja Ja 3-0 Wuh Stark Also Naja Ja Ja Komm 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 runter Ja Und Ja Jetzt kannst du hin Ok warte 1 Der Profi Jawoll 4-1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 Ja, jetzt bin ich nicht vorne. Ja, mach ihn. Ja. Oh, das war jetzt aber geil. Als ob. Ja. Ja. Jawoll. Viele Leute getrunken, als ob. Ah, dann nur drei Schüsse. Ah, ja. Schulz am Ball. Immer noch. Butterflanke. Ja. Boah, guck mal. 5-4. Butterflanke. Schaut mal up. Schaut mir nach den Ausgleich. Gosens Flanke hier, Alter. So, nach dem Spiel mal kurz Pause. Wir spielen einfach nur so egoistisch. Das ist alles. Da wird immer nur geguckt, dass... Ja, nach außen, nach außen, nach außen. Ja. Na, ich spiel doch nach außen. Nein, ich spiel doch nach außen. Oh. Ja. Marc rett uns noch den Arsch wahrscheinlich. Ja. Wieder mal. Geh doch drauf, CPU. Ach, CPU, ihr seid so scheiße. Das war, glaube ich, echt mal geteilt. Stellen, dass einer alle macht. Oh, guck mal. So. Du bist am Abseits, Yoshi. Butterflanke. Ja. Die UP-Flanken. Die UP-Flanken? Tja, hätten die eben das Tor nicht gemacht, hätten wir jetzt... 5-5... Äh, ne, 6-6. Rippen. Oh, na, na. Da bin ich halt, dass... Anstatt der so einen Reihenflanken, ey, der Esel. Ja. Schön flanken, na, na. Was probieren sie? Schön die Mumu-Flanken. Nicht mehr. Die Höhe. In da, ja, gut. Gut, 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 gut. Jetzt da vorne. Jetzt da vorne. Lauf oder nach außen. Spiel rüber, Spiel rüber, Spiel rüber. Ja. So war das mal schön. Schön gespielt. Und wer macht's wieder? Der Marc. Ja, moin. Irmini, brauchst du nicht sogar 3 für ein neues Emote? Äh, 3 oder 6, ich weiß nicht. Ja. Ja. Schlank. Schlank noch. Schieß. Ja. Ja. Vor der Pause war der wichtig. Warum wird denn der eigentlich nicht angezeigt? Also... Also, ich glaube, wie gesagt, stimmt. Ich glaube, du hast wirklich 3 Mitglieder. Dann kannst du noch einen nehmen. Rädchen, kaputt machen. Kaputt machen. Jetzt, schön. Schön. Stimme läuft immer abseits. Deswegen bin ich auch weggegangen. Jawoll. Nein. Du, das geht immer nach heute aber. Ne, wir führen. Komm. Echt? Lul. Lass uns zahlen, ich hab gewonnen. Tschüss. Tschüss. Junge, 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 Junge. Ja, schön, Kev. Ja. Ja. Darüber, später runter, später runter. Ja. Jawoll. War das wieder Kev? War das wieder Kev? Bei dem Schuss kann ich, sag ich mal, nix. Nee. Kann man so machen. Ja. So, jetzt aber. Ja, Kev. Kev, 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 Kev. Jawoll. Stark, Kev. Unser Goal geht da hier. Richtig und richtig, Alter. Kev und Mark, die zwei. Wenn die zusammenspielen bin. Wir müssen das Spiel ruhig aufbauen und direkt mit nach vorne gerast, Alter. Leute, ihr müsst mal ein bisschen. Jetzt. Jetzt. Spiel rüber, Spiel rüber. Jawoll. Stark. Ich mach einfach gleich die gleichen Skillwerte wie Kev. Alles gut. Ich mach Stürme da. Ich will da Stress machen. Hier. Ja, sehr gut. Ja. Voll. Der musste doch jetzt sitzen, Alter. Ui, 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 ui. Markus. Markus. So. Schön, Lukas. Okay, Tempo mein Spieler gerade ab, aber der geht ja mal richtig ab. Kurzer Flanke. Nein. Schade, aber man. Schade. Schade, Banane. Hopfer. Schade. Schieß. Jo. Ja. Wie geht denn der durch? Ja, keine Ahnung. Wir spielen jetzt eigentlich wo? Wir spielen ja trotzdem, wir haben 4-2-2-2-2. Also ich spiele jetzt recht, dass es offensiv ist. Also ich spiele sozusagen rechter Flügel, glaube ich gerade. Mhm. Oh. Oh. L-Rilis, LF. Schön gespielt. Butterflanke. Ah. Schieß, schieß. Ja. Ja. Juni. Hey. Oh. F-Meter, oder? Ne, Freistoß. Jetzt darf ich den. Den knall ich rein. Ja, den knall ich rein. Ne. Na, knall mal, komm. Knall mal. Ja. Boah. Oh, Kev. Alter. Kev rasiert heute wieder. Ich glaube, der hat was gefunden, was gut ist. Für ihn. Ja, ja, ja. Du. Komm mal zurück. Ja. Jawoll. Das ist ein Tor. Äh. Aber Jules macht den Jubel. Butterflanken. Butterflanken sind auch dafür gut. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Boah, schön. Ja, jetzt aber. Ja, geht doch. Dingbogen, Alter. Boah. 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 so jetzt ist 34 hier oder lass mich einer von uns ja ja wohl stark jetzt immer wieder ausgeglichen hier 10 gegen 10 ich weiß ja stark kannst du es doch einfach nicht so ganz spiel lukasch ja lukasch der muss drin sein ja ja der muss jetzt ja stark macht das dinge ja ich wollte zwei spiele spielen aber nämlich auch mit wie ja jetzt macht das dinge hat er damals Junge 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 Ich wusste dass der den Keeper stellt Spiel Sehr schön gespielt Alter Geht schon direkt gut los Der trifft auch Rechts Oh ja Ja, lauf! Kef, kef, kef! Wuuu! So! Geh doch! Geh doch! Geh doch! Oh! Warte, musst du erst hinfallen. Ja, bis das passiert, Alter, bin ich schon im 16er gefühlt. Ja! Ja, schieß! Ja! Ja! Ada! Wir sind noch dran! Sehr, sehr. Mach ich nix. Stell mal direkt zu der Defensiv rein. Ich weiß ja noch gar nicht, wie lange ich es zwinge. Oh! Ding Dong! Ding Dong, du! Bei mir gab es erst mal ein Speedlag nach dem Tor. Ja, das ist auch bei deinem Schuss grad, ne? Speedlag. Ja. Arsch treten. Ja! 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 Wir dürfen uns uns so spüren wir haben eben geführt und haben 5-1 verloren. Ich freu mich weil ich ja nicht mal wieder ein Erfolgserlebnis hab. Joao! Ich hab noch nicht ein Tor geschossen, heute. Kef, triff mal wieder. Junge, Sabitzer, ist der dumm oder so? Hat Yassin eigentlich irgendwas durch die Nase gezogen? Busfahrer, komm mal her, mach den Mund auf. Ja, komm mal her, ich komm. Ach, Fui. Schieß, schieß. Oha. Jawoll. Oh Kev, Alter, was geht ab? Na ja, guck mal, hört auf seinen Trainer hier, wenn ich sag, schießt, schießt du auch. Alter, wenn Österreich jetzt noch das 2-2 macht, dann lach ich Italien so aus. Oh, oh, Alter, wuuuuh. Egal. Junge. Alter, Marc. Die ganze Zeit trifft keine Sau und jetzt machen sie mir hier die Tore. Wer spielt überhaupt, Alter? Na ja, Alter. Alter. Typ. Ja, schön, jetzt, Marc, mach den. Ja, wichtig. 4-2, so. So unverdient weitergekommen, ehrlich. Oh, Junge. Geh mich, Junge. Junge, Italien ist scheiße. Ach, geh weinen, Alter. Geh deinem Bus fahren und Ruhe. Mann, wie kann man denn so weinen, Alter? Scheiße, Alter. Ja, Kev, der muss sitzen, jawoll. Hat er das jetzt gehört, wie ich zu ihm halt fresse gesagt hab? Ich hab das gehört. Wieder, ich hab, der Fluch geht wieder los. Oh, nein. Ich glaub, es geht schon wieder los. Oh, jetzt schuls. Oh, oh. Oha. Guck mal. Er kann's doch noch. Und da waren sie schon 2. Liga und wo war Köln und Schalke und, hä? Na, HSV, trotzdem keinen Spaß. HSV kriegt bald einen Pokal für die meisten vierten Plätze in der 2. Liga. Ja, siehst du, dann haben wir wenigstens Pokal, nicht so wie Köln oder Schalke. Wir wurden zweimal Meister, dreimal Pokalsieger. ich wusste ich manchmal dass dennoch gibt alle will ich ganz ehrlich ich hab den voll verdrängt jetzt macht das ding jawohl du kriegst nicht du kriegst höchstens neuer posten was machst du eigentlich da vorne junge als rechtshörter nicht wie du wie mit einer luft im hirn alle lieber luft im hirn als gar nichts im hirn warum wissen wir uns eigentlich die ganze zeit weiß ich nicht macht spaß spannender als rm spiel jetzt marin marin mein schies auf marcus verlass und jetzt ist der rechtsverteidiger schon wieder vorne nein ja ich wollte mal ein vier das tor machen fünftes oder fünftes ich habe ich gerade sagen junge du weißt ja nicht wo man bremst alter wenn masterful hat mich abonniert ja jetzt in der was für ninder 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 flanke in der was für ninder flanke ja ja schön gespielt und alles, mach den jetzt. Ja. Alter, ey, wär der jetzt nicht reingegangen, ne? Ich hätt mich selber ausgelacht. Also dieser Yoshi. Yoshi. Äh, pass mit mir. Keine Ahnung, muss Marc fragen. Muss hier. Ja, okay. Wie viel Passfahrer ist er jetzt? Nee, der ist der übersteuerte Fahrer. Äh, OP, wo willst du denn hin? Mach den jetzt. Geht doch, Alter. Ich wollte gerade sagen, wo läuft denn der hin, Alter? Ja, über. Schweden, Alter. Adam. Ja. Ich stelle hier gleich hin zu, Ströming für die. Ströming. So, Yoshi. Ströming. Jules. Oh. Wuuu. Super. Alter, wie viel E4 hast du denn? Hab ich was verpasst? Äh, nee. Ja. Na klar, wollen wir weitermachen. Ach doch Bock. Wollte ich gerade sagen, da steht noch... Ja, Yoshi. Äh, äh, äh. Ich wollte gerade sagen, einer. Wollte gerade sagen, wir habe ich schon gewonnen, warum er nicht direkt geschossen hat. Was denn das hin? Wenn ich da jemanden gesehen habe. Oh, in der Lücke. Ach, schade, zu spät. Mann, in der Lücke streuen. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Tanz, Alter. Nein, das hat doch auf Stöhni. 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 Mach den. Oh. Ach, Mann, ey. Oha, Yoshi, alle. Was für eine Flanke. Funden so. Funden so meine? Kräfte. Gar nicht schlecht, Anna, eigentlich. Hier oben steh ich. Lauf ich ganz alleine, Alter. Ja, lauf. Ja, mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach den. Mach den jetzt, Kev. Oha. Ja, voll. Ey. Der Kiefer macht's. Der Kiefer macht's. Alla, was denn das? So ein Jubel. Ja. Nach vorne. Ja. Komm, Jules. Du machst den nicht rein. Ja. Ja. Sauber doch nicht, das letzte Spiel heute. Gibt's doch nicht, Anna. Da mach einen Screenshot hin. Mach einen Screenshot. Ach, scheiße. Komm, Roma, mach's gar nichts, du kleiner Penner. Ja, gewoll ihn. Ich wollte gerade sagen, stark, Kev, aber Joschi hat jetzt den gelben Pfeil. Er macht eins auf den Jubel, ich glaub's nicht. Ja, Gott. Mach's gut, schon. Und rammeln sie sich. Spiel nach vorne. Schön. Ja. Was? Alter. Ja. Jawohl. Ja, Sauber-Jules. Niemand, wirklich niemand. Die wollen einfach nicht, dass ich aufhöre hier. Für mir? Das für ne Zücker-Flanke von mir. Da, jetzt kannst du. Topfick bei euch. Kopffick. Ich weiß nicht, weil wir den ignoriert haben. Ignoriert haben wir den. Ja, Kev. Kev, arroganto. Jawohl. Ja, sauber. Das heißt, rausgehen ist gleich des Qualifizieren vom OP-Gast. Ja, PS4. Ja. Find ich auch. Okay. Okay, Janis wird... ... 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 ja ok 3 0 ist nicht gefickt ja doch ne alter was ein Tor was ein Tor Digga, war das nicht dieser CPU sogar du hast aber schon mehrmals gemacht ey, ich bin ZOM kein Stürmer ich bin nur für Traumtore zuständig ne, ich bin nur für Traumtore zuständig jawohl sauber 1,5 jetzt kannst du ZOM nicht machen ne, lass mal gut sein die OP schon sagt, die haben das Syndrom verpiss dich von mir, du Wixkop ja ja, geht doch Staggader verpiss dich von mir du stehst im Upside, alter Yoshi als wenn ich dir dann Ball dann spiele jetzt wo soll ich denn hingehen jawohl da Kev Kev gönnt mir nicht ich glaub, dass er so ich glaub, dass er durchlässt ja, der ist automatisch dahin gegangen was soll ich machen wieso wird mir denn auch nicht angezeigt wenn ich ihm einfach auf die Fresse fliegen ja, der ist so ja, der ist so